Seid gegrüßt und damit ein herzliches Willkommen zum Last Year on Earth Update 1.19.4 bzw. zum Akt 2 Update, denn Last Year on Earth hat heute gegen Mittagrum das Update 1.19.4 rausgebracht, was auch mit einem Teaser vom Zombie Truck angekündigt wurde und das wollen wir uns doch heute einfach mal zu Gemüte führen. Es gibt eine Basiserweiterung, die ersten Ziegel wurden in ihrer Basis gelegt, voller Ambitionen. Sie bauen ein neues Zuhause, das wächst und mit den kommenden Updates neue Funktionen erhält. Es wird voller nützlicher Gebäude sein, die Sie selbst entwickeln können. Das Endergebnis wird vieles verändern und das ist erst der Anfang. Schnappen Sie sich einen Hammer und rollen Sie die Ärmel hoch, es gibt viel zu tun. Also der Zombie Truck tut tatsächlich das, was er soll und zwar eine zweite Basis errichten offenbar. Zumindest ist die Basiserweiterung ja auf den Zombie Truck vor diesem Update zurückzuführen. Gebäude! Sie fangen ganz klein an, aber jedes Gebäude wird größer und kann mit weiteren Details versehen werden. Sammeln Sie die benötigten Ressourcen und verbessern Sie Ihre neuen Gebäude. In Zukunft werden Sie aus Ihrer Basis eine ganze Siedlung mit Kommandozentrale machen können. Okay, Garage und Auto. Eines der wertvollsten Gebäude ist die Garage mit Auto. Obwohl der Wagen nicht anspringt und nicht nach viel aussieht, steckt er voller Potenzial. Reparieren Sie Ihren fahrbaren Untersatz, dann springt er auch wieder an. Werden Sie wieder die Straßen befahren können? Noch nicht. Auch Ihren Chopper müssen Sie nicht aufgeben, aber mit beiden zusammen werden Sie ordentlich Lärm im Ödland machen. Außerdem könnte der grüne Minivan sich bald zu Ihrer Fahrzeugsammlung gesellen. Sehr cool. Kapitel 1, Akt 2. Alle großen Dinge beginnen mit einer Geschichte. Das ist das erste Kapitel von Akt 2. Hier beginnt die Erkundung Ihrer gewachsenen Basis. Während Sie Missionen abschließen, treffen Sie Connor und andere Überlebende, die für die verbesserte Basis eine wichtige Rolle spielen werden. Während Sie mit ihm zusammenarbeiten und das Fundament legen, suchen Connors Freunde nach Orten, die es wert sind, erkundet zu werden. Sehr, sehr spannendes Update. Es gibt viele neue Sachen. Was ich am meisten an diesem Update wahrscheinlich jetzt schon liebe, ist bleibender Content. Wir haben es uns so lange gewünscht und das ist jetzt endlich ein Update, mit dem einfach auch Sachen mal wieder im Spiel bleiben. Und es ist unzählige Seasons her, seitdem es mal wieder so ein Standard-Update gegeben hat. Und ganz interessant wird es natürlich, was uns in Zukunft erwarten wird. Es werden sicher im Laufe des Videos noch viel, viel mehr Fragen aufkommen. Gerade bezüglich der neuen Basis. Und ich würde sagen, wir machen erstmal Ton an. So, wir können auf der Karte jetzt erstmal keine großen Veränderungen feststellen. Außer zwei Aspekte. Echo One jetzt mal ausgenommen. Und zwar ist das zum einen die verlassene Fabrik. Interessant, was können wir für Belohnungen bekommen? Oh, welcome back. Die Antenne ist wieder im Spiel. Die ist wieder im Rennen. Sehr cool. Die werden wir bestimmt auch brauchen. Und es gibt bei der verlassenen Fabrik auch die Möglichkeit, Hecken und Kiefern-Setzlinge zu bekommen. Das ist interessant, ja. So, ich habe noch sechs Tage Statusdauer. Gucken wir mal, was es hier jetzt im Akt 2 zu bekommen gibt. Hier ist er. Ah, ich muss Akt 1 erstmal abschließen, oder? Ah, jetzt. Oder? Jetzt müssten wir doch in den Akt 2 reinkommen. Die Belohnungen habe ich mir ja alle dann schon genommen. Schließen Sie Akt 1 ab und kehren Sie heim. Aber ist ja abgeschlossen. Ähm, naja. Wir gehen erstmal kurz in die Tankstelle. Ganz normal. Holen uns erstmal schön die VIP-Sachen ab. Sprich, Glücksrad, ein paar Verbandkästen und so weiter. Und dann führen wir uns mal den Akt 2 zu Gemüter. Und vor allem die neue Basis. Da muss ich gleich mal in die Baupläne gucken, weil ich unbedingt wissen will, was sich hier verändert hat. Ja, it seems like Zombie Truck is disappeared. Ja, ähm, der Zombie Truck wurde rausgenommen. Er setzt dann offenbar diesen grünen Minivan, nehme ich mal, ganz stark an. Versuchen wir hier erstmal unser Glück. Und, sehr gut, Jackpot erhalten. Und es ist Kevlar mit Milchor. Nehmen wir mit, ist ja for free. Immer noch 96 lila Token. Ich schwimme so am Rande meines VGs. Dann haben wir noch einen Reanimator bekommen. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, let's go auf die Karte. Und wir gucken uns das mal an, was wir bei der neuen Basis machen können. So, Freunde. Ich kann es euch leider nicht genau sagen, was das Problem ist. Jedenfalls kommen wir nicht in die zweite Basis rein. Das ist extrem bedauerlich, dass wir hier keinen Zugang haben. Aber es scheint eine technische Komplikation von seitens Kief hier zu geben. Und deswegen gibt es da aktuell die Schwierigkeit mit dem Update. Ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich überhaupt reingekommen bin ins Spiel. Deswegen gucken wir uns heute wenigstens die verlassene Fabrik einmal an. Und werden dann das andere nachholen. So. Die Location hier soll natürlich neu sein. Es gab ja schon im Laufe des Spieles verschiedene Locations. Also sollte das ja ein Duplikat sein, werde ich das denke ich mal mitbekommen. Wir nehmen mal jetzt hier noch die Scar. Oh, die Kisten, die kenne ich aus der Season, wo das Gefängnis ins Spiel gekommen ist. Fragt mich nicht, welche Season das war. Aber von da kenne ich auf jeden Fall diese Kiste. Was episch wäre, wäre, wenn wir den Gabelstapler fahren könnten. Das würde ich ja extrem feiern. Mal gucken, was wir hier machen können. Ah, okay. Der braucht drei Transistoren. Ich habe sicher in der Inbox noch Ersatzteile für solche Fälle. Na klar, 368. Da können wir auf jeden Fall mal welche nehmen. Und wir können sie looten. Nicht schlecht. Also ich meine, wow, also für drei Transistoren nicht schlecht. Also eine Schrotflinte for free. Kann man machen. Okay, ist von der anderen Seite verschlossen. Hier ebenfalls. Und hier kommen wir nicht raus, oder doch hier. Gucken wir uns nämlich erstmal das Gelände so an. Ob wir hier irgendwie was übersehen. Auf jeden Fall scheint es ja eine Art Keller oder sowas zu geben. Kommen wir auch noch hin. Hier oben liegt noch eine Leiche. Die ist Zugangspass zum Bunker Alpha. Das Bild ist stark zerkratzt, aber sie können immer noch... Na gut, das kennt man ja. Auf jeden Fall die Zombies, die hier sind. Also das ist alles bisher easy peasy. Gucken wir mal hier rein. Hier braucht ihr sicher auch den Einbrecher-Skill Level 3. Ja, es gibt jetzt halt noch ein gratis volles Straßenschild und ein paar Kleinigkeiten. Und gibt es hier die drei Transistoren? Ne, gibt es auch nicht. Okay. Das heißt, die müsstet ihr natürlich mitbringen. So. Wie kommen wir hier jetzt rein? Hm. Hier kommen wir rein, oder? Ne, ist auch verschlossen. Das ist ja seltsam. Das muss ich nicht verstehen, wieso wir hier überhaupt keinen Zutritt haben. Also wirklich überhaupt nicht. Das ist sehr merkwürdig. Wir gehen mal auf die Karte. Es muss irgendwas mit dem Update zu tun haben, dass hier irgendwas nicht ganz korrekt läuft. Aber was wir uns dennoch angucken, ist das Auto-Clearen. Ich habe nämlich unheimlich viele Rationen. Und während jetzt hier irgendwie die neuen Events für uns unzugänglich sind, können wir uns vielleicht mit dem Rationen wenigstens austoben. Und gucken mal, was wir hier jetzt kriegen. Standardmäßig eben normale Ressourcen-Holz. Bisschen was an Ersatzteile. Aber sonst sieht der Loot hier leider genauso aus, wie aus den normalen Ressourcen-Locations. Also ich glaube, hier ist jetzt kein großer Unterschied. Bin ich denn eigentlich blöd? Ist euch mal aufgefallen, dass die Fabrik irgendwie... Entweder gibt es keinen roten Kiefernhain jetzt mehr oder der wurde zeitweise ersetzt. Ach, ich habe keine Ahnung. Naja, jedenfalls... Ja, ich kann euch tatsächlich jetzt nicht mehr zeigen. Kann euch nur um Geduld bitten und dann versuche ich es morgen oder wann nochmal in das Update reinzugucken. Auf jeden Fall haltet mal die Ohren steif. Heute oder morgen wird sicher nochmal ein Balance Changes oder ein Bugfix-Update kommen für das Spiel und das alles wieder perfekt läuft. Und ja, ich hoffe, euch hat es natürlich trotzdem gefallen. Auch wenn nicht viel zu sehen war. Deswegen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr das Video zu diesem großen Update nicht. Es ist ja doch schon sehr wichtig. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hoffentlich mit Fehlerbehebung. Bis dahin, Leute. Ciao. Bis dahin, Leute.